Videodateien gehören zu den Animationen. Deshalb sollten Sie von vornherein den entsprechenden Aufgabenbereich einblenden. Beispiel 1. Die Folie enthält keine weiteren Effekte. Zum Einfügen einer Videodatei von einem Datenträger klicken Sie im Register Einfügen auf das Filmrollensymbol. Das Symbol, nicht den kleinen Pfeil darunter. Suchen und doppelklicken Sie die gewünschte Datei. PowerPoint will jetzt wissen, ob es das Video automatisch oder auf Ihr Kommando hin abspielen soll. Übernehmen Sie zunächst den Vorschlag automatisch. In der Mitte der Folie erscheint das Startbild des Videos. Im Aufgabenbereich sehen Sie zwei Einträge, eine Besonderheit bei Videos. Das hier ist der eigentliche Video-Effekt. Die Sache mit dem Trigger ignorieren Sie bitte für den Augenblick noch. Kurze Ergebniskontrolle. Im Präsentationsmodus wird PowerPoint das Video automatisch nach dem Einblenden der Folie abspielen. Im zweiten Beispiel enthält die Folie bereits einige Animationseffekte. Wieder wählen Sie beim Einfügen der Videodatei die Variante Automatisch und positionieren das Video an der gewünschten Stelle. In der Effektliste hat sich der neue Effekt ganz unten eingereiht. Wieder tauchen zwei Einträge auf. Der eigentliche Effekt und die Trigger-Geschichte. Was hat die Sache mit den Triggern nun zu bedeuten? Selbst wenn Sie beim Einfügen eines Videos die Startart automatisch wählen, können Sie im Präsentationsmodus das Video trotzdem auch noch durch einen Klick auf das Startbild abspielen. Anders formuliert, das Videoobjekt ist gleichzeitig sein eigener Trigger. Wenn PowerPoint das Video nicht automatisch, sondern auf Ihr Kommando hin abspielen soll, wählen Sie beim Einfügen die Variante, wenn darauf geklickt wurde. In der Effektliste erscheint jetzt nur noch ein einziger Eintrag, der mit dem Trigger. Zum Abspielen klicken Sie im Präsentationsmodus auf das Startbild.